Der warme Nacht. Bestatten Sie mal? Mein Pelz! Keine Angst, Schätzchen, ich bin im Tierschutzverein. Toro! Die Dinge entwickelten sich leider nicht so, wie ich gehofft hatte. Anstatt der Lösung des... Schon klar, Mike. Hör zu, ich ruf dich nach dem Röntgen an. Einverstanden? Okay. Bis nachher. Wiedersehen. Mike, was ist denn hier passiert? Frag mich was Leichteres. Bitte gehen Sie noch nicht, ich hab noch Fragen. Hammer, als Alleinunterhalter sind Sie wirklich einsame Spitze. War das alles nötig? Ja. Mike, wenn Sie hier schwingen wirst. So, und jetzt muss ich Sie noch etwas ganz Wichtiges fragen. Wohnen Sie hier in der Gegend? Zufällig ja, gleich um die Ecke. Darf ich Sie unter meinen Schutz stehen?